Die Firma Spree ist eine inhabergeführte mittelständische Unternehmensgruppe der Fleischwarenindustrie. Wir sind einer der größten, modernsten und leistungsstärksten Vollsortimenter für frische und tiefgekühlte Fleischwaren in Europa. Die Philosophie unserer Inhaber verlangt von allen Mitarbeitern, aber auch von unseren Geschäftspartnern, agiles Handeln, Konzentration auf das Wesentliche, schnelle, aber fundierte Entscheidungen bei gleichzeitig flachen Hierarchien. Uns war von Anfang an wichtig, einen Partner an unserer Seite zu haben, der ein breites und tiefes Verständnis für unsere Industrie mitbringt. Hier haben wir mit der NIBC einen kompetenten Partner an unserer Seite. Die NIBC verfügt über fundiertes Insiderwissen und ermöglicht den Blick über den Tellerrand. Als Familienunternehmen denken wir eher in Generationen als in kurzfristigen Zeitabläufen. Insoweit haben wir ein großes Interesse an langfristigen partnerschaftlichen Beziehungen. Und das gilt auch mit Blick auf unsere Bankpartner.